Jetzt möchte ich aber auch gerne noch mal alle Lieder hören, die ihr nicht mehr hören könnt. War es sonst so, die waren das hier, wo ihr sagt, oh nee, da geht innerlich bei mir das Licht aus. Ich finde es großartig, ich höre das ultra gern als meine Lieblingslieder.